So da da! Hallo und herzlich willkommen auf Masses Clash Channel. Wir haben noch 17, 16, 15 Sekunden hier bis zum Anfang des Clankrieges und ich nehme hier jetzt einfach mal ganz ganz heimlich hier auf und schau mal wer so als allererstes angreift. Wir haben hier einen Clankrieg gegen Japaner, Chinesen, Koreaner, Koreaner keine, aber Japaner oder Chinesen, irgendwie sowas wird es sein. Ein Clan Level 7 und da geht der Vorbereitungstag zu Ende und der Kampftag beginnt und wir schauen jetzt gleich mal was denn meine Mitglieder aus dem Clan so machen. Ich gehe hier gleich mal rüber auf den Feind. Wir haben 6 Rathaus 10er und der Rest sind alles Rathaus 9er, also insgesamt 15 Gegner und ich warte jetzt einfach mal bis irgendeiner von meinen Teammates hier angreift und dann werden wir dem mal auf die Pelle schauen, was der so macht. Und der allererste ist Cyber Optics auf die Nummer 5. Nummer 5 gegen Nummer 5 mit Golems hier, Pekka, Magiern am Start. Kommt von oben rein, da setzt er die Golems und die Magier alle hinterher in einer Reihe. Jetzt könnten langsam mal ein paar Mauerbrecher kommen. Rechts sind die Mauerbrecher durchgekommen, links leider nicht und da kommt noch ein Golem und ein Sprungzauber in die Mitte und da springen die Golems rein. Sehr, sehr gut sieht der Sprungzauber da aus, würde ich sagen. Pekka springen rein, Wutzauber, da kommt ein Freeze-Zauber auf die Clanburg. Okay, der gegnerische Hund ist hier gestorben. Nochmal ein Wutzauber in die Mitte und ein Freeze-Zauber links auf den Inferno und auf die Teslas, das sieht gut aus. Aber da sind nicht mehr so viele Clean-Up-Truppen da. Das Rathaus könnte schon fallen, aber die Clean-Up-Truppen, glaube ich, fehlen hier ein bisschen. Und da springen die Magier rein, springen wieder raus, springen hin, springen her und die Infernos stehen leider noch. Die Magier laufen da jetzt außen rum. Zum Glück ist jetzt der eine Inferno weg und da tanken unten die ganzen Golems. Die Königin musste jetzt gezündet werden. Die Magier greifen da außen noch an. Hoffentlich kriegen sie diesen Bogieturm da noch weg, weil die Prozente wären wichtig. Und die Königin ist leider in der Mitte gestorben, heißt keine Chance mehr auf das Rathaus hier. Hi, blöd, blöd, blöd. Ein Bogie bleibt noch übrig und zwei Larkis. Rechts hat er einen Larki gesetzt und links außen wäre auch noch Platz. Genau, da hat er auch einen Larki gesetzt und einer bleibt noch übrig, um noch irgendwo Prozente zu holen. Wir sind bei 47%. Der Larki rechts ist gestorben. Der links dürfte dann noch 48, 49 holen. Und da dürfte auch noch einer hinpassen. Sehr gut. Und der holt sich dann dank dem X-Bogen, der hier auf Boden gestellt ist, holt der hier noch ein, zwei Prozente. Der andere fliegt mit ihm dazu. Und jetzt dürfte er es selber auslaufen lassen. Da, da sind sie sowieso von der Luftabwehr zerstört worden. Sehr schade. Das Rathaus hier in der Mitte steht. Ungeschützt bis auf den einen Inferno. Und den X-Bogen. Da wäre noch irgendwas gegangen. Schade, schade, nur ein Stern. So, ich glaube, er dürfte Nummer 11 sein. Da haben wir ihn. Geht auch auf seinen Gegenüber. Uh, hm. Interessante Kombo mit einem Erdbebenzauber und zwei Blitzzaubern und zwei Wutzaubern. Hier greift er die eine Luftabwehr an und zerstört sie somit. Sehr, sehr interessante Taktik. Und jetzt kommen die Drachen von oben nahe der einen Luftabwehr und nahe dem Rathaus, also auf der Rathausseite. Dass es ziemlich gut geht auf zwei Sterne, würde ich sagen. Oh, aber er fliegt hier gegen zwei Luftfeger. Das, das wird schwierig gegen zwei Luftfeger. Jetzt muss er da seinen Wutzauber setzen. Und da dürfte gleich die erste Luftabwehr fallen. Und die anderen Luftabwehren sind dann eigentlich weit genug weg. Und da hagelt es Bomben. Die Drachen fliegen alle zur Seite weg. Oh, das sieht nicht gut aus. Der eine Drache in der Mitte dürfte da noch die Luftabwehr mitnehmen. Die anderen Drachen drehen vielleicht wieder in die Mitte rein mit Glück, da der Drache aus der Klamburg ist. Ein einziger fliegt da in die Mitte rein. Oh, und da kommt ein Tesla. Und Wink beschleunigt diesen einen Drachen. Und der muss jetzt ganz alleine das Rathaus schaffen. Schafft er das? Es wird ein Rennen um die Zeit zwei X-Bögen feuern auf ihn. Das Rathaus ist am Fallen. Es braucht noch einen Schuss. Und da fällt das Rathaus glücklicherweise sehr, 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 sehr viel Glück, würde ich sagen. Außen noch ein Drache rechts übrig. Unten sind es noch zwei Drachen. Und die Königin hat er jetzt unten gesetzt, um noch ein paar Prozente hier geschützt vor den gegnerischen Verteidigungen zu holen. Und da greift dann noch die dritte Luftabwehr, die letzten verbleibenden Drachen an. Der König wird oben noch gesetzt, um noch ein paar Prozente hier zu holen. Ja, ich würde sagen, solide zwei Sterne. Das dürfte noch in die 70% gut reingehen. Königin Fähigkeit hat er noch. König wurde jetzt gerade eben erst gezündet. Der räumt hier oben noch ein paar Prozente ab. Die Königin wurde auch gezündet und räumt auch noch ein paar Prozente weg. Ist jetzt aber gerade am Elixierlager, das natürlich sehr, sehr viele Hitpoints hat. Und sie dürfte es vielleicht schaffen, das gerade so. Nein, sie schafft es nicht. Tja, sehr, sehr schade. Und oben ist der König auch am Werkeln an einer Mauer. Der dürfte auch gleich fallen. Und so sind wir bei 75%, aber guten zwei Sternen, würde ich sagen. Schreiben wir doch gleich mal GW. So, mal schauen, ob noch einer angreift. Zwei Angriffe, drei Sterne ist jetzt nicht die allerbeste Ausbeute. Das geht noch besser, würde ich sagen. Und da greift noch einer an. Stoff, die Nummer 13 greift unten an. Gegnerische Queen auf 13 und King auf 10. Und wir haben hier Go-Vibe am Start mit einem Sprungzauber, der die ganzen Truppen in die Mitte führen soll. Da laufen die drei Golems rein, Magier hinterher. Und wir sehen hier eine relativ gut ausgebaute Base. Ein Drache und ein paar Loons kommen raus. Die Magier laufen da schön hinterher. Der Pekka läuft rein. Der zweite Pekka wurde jetzt auch noch gesetzt. Der ist aus der Klamburg rausgekommen. Und ein Pekka bleibt noch übrig. Mauern sind noch etwas vernachlässigt worden. Aber er hat schon einige Level 9er Mauern hier. Da kommt der letzte Pekka rein. Ein Wutzauber in der Mitte beschleunigt und verstärkt hier alle Truppen. Sie springen gut rein. Und da ist die Mitte offen. Und da kommt noch ein Wutzauber, der wirklich alle Truppen erfasst. Da greifen ganz, ganz viele Magier das Rathaus an. Und das Rathaus fällt hier auch schon. Der eine Pekka hier unten arbeitet sich da an der Mauer auf. Ein Tesla schießt permanent auf ihn. Das wird er wohl kaum überlegen, überleben. In der Mitte ist die Königin auch schon relativ down. Jetzt braucht es noch einen Prozent. Da haben wir den einen Prozent, der noch zu den 50 Prozent gefehlt hat. Und dann haben wir hier Doppelriesenbomben, die auch die restlichen Magier in der Mitte noch besiegen. Aber wir haben ja sowieso schon zwei Sterne. Das ist eigentlich das, was wir jetzt so brauchen. Erst für den Anfang. Und da wird noch ein bisschen weggeräumt. Der König ist hier noch am Arbeiten. Ein Pekka war gerade eben noch am Leben. Da sehen wir ihn auch. Und ein paar Magier, die da unten noch mit aufräumen. Obenherum sind alle Truppen weg. Und wir schauen jetzt, vielleicht kommen wir noch in die 70 Prozent rein. Das wäre sehr gut für die Gesamtzerstörung. Zwei Golems sind da auch noch da. Und ganz kleine Golemites. Und der Tesla fällt jetzt 72 Prozent. Die Magier greifen hier noch die Kaserne an. Und die Golems laufen hier noch im Pulk wieder nach oben. Könnte vielleicht sogar noch mehr als diese 73 Prozent werden. Rechts wird noch die Bauhütte sicherlich mitgenommen werden. Und oben noch ein paar Sachen. Also ich würde sagen, wieder ein guter erster Angriff hier auf zwei Sterne. Und da hat auch noch ein anderer gestartet. Dann würde ich mal sagen, springen wir mal kurz aus dem Angriff raus. Und schauen, ob wir in den anderen Angriff reinspringen können. Hier springen wir rein. Sehr gut. Alles 9er Mauern hier. Ein paar Level 10er Mauern sind schon dabei. Beim Gegner namens irgendwas Euro. Naja, auf jeden Fall die gegnerische Nummer 10. Und will das nicht, kommt hier von rechts oben und von rechts unten. Mit zwei Golems. Ein dritter ist vielleicht noch in der Klanburg drinnen. Die Magier werden hier außen gesetzt. Und da gehen es schon sehr, sehr viele Bomben sehen. Wir gehen hier draußen explodieren. Und da ist die Lücke offen. Aber da kommt eigentlich gerade keiner rein. Denn die laufen alle außen und hämmern da außen an die Wand. Obwohl hier in der Mitte der Weg offen ist. Auch durch die Erdbebenzauber. Sehr komisch. Die könnten sich eigentlich jetzt mal alle ein bisschen in die Mitte bewegen. Und hier kommt jetzt die Hauptstreitmacht. Die aber schon wieder von einer Bombe geschädigt wurde. Ein Giftzauber in die Mitte und ein Wutzauber. Ganz, ganz viele Hexen. King und Queen. Die Magier klienen außen noch ein bisschen. Und der Golem ist unten leider, leider stecken geblieben. Das wird jetzt schwierig hier in der Mitte. Da sind ganz, ganz viele Truppen sind da drauf gegangen. Einen Sprungzauber hätte er auch noch übrig. Das Rathaus ist gefallen. Wir sind bei 41, nein 43 Prozent. Es dürften schon gut auf 50 gehen. Da sind noch sehr, sehr viele Hexen da. Und Golems sind noch da. König und Königin haben noch ihre Fähigkeit. Der König wird gerade eben gezündet. Und die Königin ist auch noch am Leben. Also hier in der Mitte überhaupt kein Problem. Jetzt schon der zweite Stern. Also tippe ich mal, werden das wieder zwei schöne Sterne. Von unten kommen jetzt noch jeweils zwei Schweinereiter auf die Verteidigungen. Und der Golem hat sich jetzt erst erbarmt, um da nach unten zu drehen. Die Schweinereiter haben es aber nicht ganz geschafft. Sie haben nur den einen Bogenschützenturm da auseinandernehmen können. Mehr nicht. Und der eine Sprungzauber hier bleibt ungenutzt. Vielleicht wirft er ihn ja noch hier, um dem Golem den Zugang zu diesen zwei Verteidigungen zu geben. Aber da hört der Angriff auf. Und wir sind bei zwei Sternen mit 60 Prozent von Wilders nicht. Das war es auch schon wieder hier mit den Live-Replays. Wir haben den Clan-Krieg leider nicht gewinnen können. Der Clan-Krieg ist mit 27 zu 29 relativ knapp ausgegangen. Was hauptsächlich an den fehlenden drei Sternenangriffen lag. Aber nichtsdestotrotz geht der Kampf natürlich weiter. Und ihr hört das nächste Mal wieder von mir hier auf Masis Clash Channel.